Folgenschwere politische Entscheidungen sind auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen, zumindest in Demokratien. Umso mehr, wenn es um Krieg und Frieden geht. Aber auch die Öffentlichkeit kann beeinflusst und gelenkt werden. Immer mehr mischen Public Relations und Werbeagenturen bei politischen Entscheidungen mit, bestimmen die Form und Präsentation politischer Botschaften und beeinflussen auch die Botschaft selbst. Man muss sich nur an die Vorbereitung der Öffentlichkeit auf den letzten Irakkrieg erinnern und was von den Beweisen für Saddams Massenvernichtungswaffen übrig geblieben ist. Am offensten und klügsten werden Public Relations in Amerika angewandt, von wo sie auch kommen. Was freilich nicht heißt, dass sie nur dort angewandt werden. Amerika bietet nur die klarsten Beispiele dafür. Das Weltjournal hat einige davon zusammengestellt, um ihnen den Mechanismus vor Augen zu führen. Der deutsche Kommunikationsforscher und Politologe Jörg Becker hat sich intensiv mit Krieg und Propaganda beschäftigt. Ich denke, solche Bildmetaphern, aber auch solche Wortmetaphern sind ganz entscheidend für die Bedeutung einer großen Medienkampagne, sei es im Krieg oder sei es bei der sonstigen Berichterstattung. Du musst es schaffen, mit ein, zwei Begrifflichkeiten sozusagen Markierungen zu verteilen, damit dann der Rezeptionsprozess beim Zuschauer eigentlich dann von alleine läuft. Ich sage ein gegenwärtiges Beispiel. Du brauchst eigentlich das Wort Islam nur zu sagen. Der Zuschauer hat von alleine die Assoziation Terrorismus. Hier sind Prozesse in einer großen Kampagne losgetreten, die von alleine laufen. Und natürlich und selbstverständlich ist genau das das Entscheidende in einem Krieg. Das Problem für kritische Journalisten besteht ja dann, wenn an der sogenannten Heimatfront die Gleichschaltung erfolgt. Das ist zum Teil in den USA der Fall gewesen, aber das war ja wesentlich stärker 1991 im Krieg so. Das war ein Krieg gegen Saddam Hussein, den man führen musste, um Kuwait zu befreien. Da gab es weltweit eine einhellige Meinung. 10. Oktober 1991. Zeugenberichte aus Kuwait vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses. Als ich dort war, kamen irakische Soldaten ins Krankenhaus. Sie rissen die Babys aus den Brutkästen und ließen sie auf dem kalten Boden sterben. Die tränenreiche Aussage der jungen Krankenschwester war die Basis für das Jahr des US-Kongresses zum Krieg und für die entscheidende Resolution der UNO. Was zunächst auffällt und was völlig klar ist, es geht hier um Dämonisierung des Anderen, des Bösen und des Feindes. Und natürlich läuft Dämonisierung am liebsten und am besten mit dem Motiv unschuldiges kleines Baby. Wir kennen das historisch. Schön sozusagen auf Postkarten und Karikaturen im Ersten Weltkrieg zu finden, wie französische Soldate mit Bayonetten deutsche Babys aufspießen. Also, das ist ein bekanntes Thema von Kriegspropaganda. Der entscheidende Unterschied zum Ersten Weltkrieg besteht darin, dass das keine vereinzelten Versuche sind, wie damals im Ersten Weltkrieg, sondern heute Kampagnen sind, wo eine Regierung eine PR-Firma beauftragt, hör mal, ich brauche eine Kampagne, wo mein Gegner verteufelt wird und dann wird gegen viel Geld professionell eine solche Kampagne hergestellt. In diesem Fall und in diesem Beispiel im Übrigen ja sogar mit einer Bürgerinitiative, die extra gegründet wurde von einer Public Relations Agentur. Man muss sich das vorstellen. Der Krieg zur Befreiung Kuwaits war beschlossene Sache. Elf Millionen Dollar hatte die Werbeagentur Hill and Knowlton von der Regierung Kuwaits kassiert, um die Amerikaner und die Welt einzustimmen. Die Bürgerrechtsbewegung Citizens for Free Kuwait war ebenso Werk dieser Agentur wie wichtige Zeugenaussagen. Der sogenannte saubere Videokrieg flimmerte über die Fernsehschirme. Erst Monate später wurde aufgedeckt. Das junge Mädchen war keineswegs Krankenschwester. Sie ist die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA, von der Werbeagentur für ihren Auftritt geschult. Eine Lüge im Dienst des Auftrags. Zum großen Geschäft für die Werbebranche sollte dann das Jahrzehnt der Balkankriege werden. Jörg Becker hat eine Studie darüber verfasst, mit Hilfe der US-Bürokratie. Denn jeder Vertrag zwischen amerikanischen Werbefirmen und ausländischen Regierungen muss im Justizministerium in Washington hinterlegt werden. Ich denke, das hat bislang noch niemand gemacht außer uns. Wir können jetzt sagen, empirisch sozusagen begründet sagen, Kriegskommunikation heute, wie sie in den Zeitungen oder im Fernsehen nachher verbreitet sind, werden, ist das Ergebnis sozusagen von hochbezahlter Tätigkeit im wesentlichen amerikanischer PR-Form. Aber auch eine deutsche Agentur war am Balkan aktiv. In einer vornehmen Wohngegend von Frankfurt residiert, sehr diskret und gut gesichert, die PR-Agentur Hunzinger. Sicher ist es vertretbar, dass Regierungen ihre politischen Ziele mit Hilfe von Fachleuten verbreiten wollen und auf diesem Weg um Zustimmung werben möchten bei künftigen Partnern oder Verbündeten. Das ist in jedem Fall zulässig. Nun muss es halt stimmen. Und wenn es nicht stimmt, dann kommt man da ja schnell dahinter. Es kommt ja alles raus. Da bin ich Fachmann für. Ich habe auch im eigenen Bereich das schon erlebt. Und dann beschädigen sie ja ihre Arbeit. Der blutige Zerfall Jugoslawiens hat komplizierte historische Ursachen. Als Hauptschuldiger steht heute der skrupellose serbische Nationalist Milosevic in Den Haag vor Gericht. Ein begabter Demagoge daheim scheute Milosevic die internationalen Medien. Seine Kriegsgegner dagegen sicherten sich schon früh professionelle Beratung. Bilder aus dem Lager Trenapolje wurden verknüpft und verstärkt mit Begriffen wie Konzentrationslager und ethnische Säuberung. Begriffe, auf die Amerika besonders sensibel reagierte. Newsweek hat eine Titelstory über Konzentrationslager. Als das in Amerika bekannt wurde, war da plötzlich ein neues Bewusstsein. Viel stärker als vorher. Alles begann sich aufzuschaukeln. Ich denke, so funktioniert Erziehung und Information. Die Leute waren alarmiert, besonders die Kongressmitglieder und die in den Außenpolitik-Ausschüssen, im Außenministerium und in den Thinktanks in Washington. Dieser ausgemergelte Mann hinter dem Stacheldraht, das waren Bilder, die nicht von einer PR-Firma gemacht worden sind. Das waren Journalisten, die vor Ort berichtet haben. Unser Job war es, für mehr Lautstärke und Geschwindigkeit zu sorgen und zu sagen, haben Sie das gesehen? Ich erinnere mich wie heute. Ich war im Außenministerium, als die ersten Bilder auf ITN kamen. Die Leute liefen herum und sagten, das kann doch nicht wahr sein. Und dann entwickelten wir eine Reihe von Reaktionen, die die Basis für die spätere Politik der USA bildeten. Die UNO-Mission, das Kriegsverbrecher-Tribunal. Alles reduziert sich irgendwie auf diesen Moment. Ich glaube, wenn diese Bilder nicht erschienen wären, ist es fraglich, ob die USA je aktiv geworden wären. Das ist das berühmte Bild. Penny Marshall schüttelt die Hand von Fikret Alic über den Stacheldraht hinweg. Und das sind die drei Sequenzen. Sie betritt das Grundstück, was mit Stacheldraht umzäunt war. Sie nähert sich jetzt dem Ende des Grundstücks, dieses alten Bauhofs mit den ganzen Schubkarmen. Und das ist das berühmte Bild, was durch die Welt gegangen ist. Was den Eindruck erweckt hat, dass hier Männer hinter Stacheldraht gefangen sind und natürlich auch die Assoziation zu einem Nazi-ähnlichen Konzentrationslager geweckt hat. Thomas Deichmann hegte tiefes Misstrauen. Er fuhr in das Lager und er kam auch an das Originalfilmmaterial. Also man sieht ganz klar, dass es hier ein Lager war, wo Flüchtlinge hingekommen sind, die sich da Schutz gesucht haben. Und vor allem sieht man natürlich auch, dass das Lager nicht eingezäunt war, dass es nirgends um das Lager herum einen Zaun gab. Es ist eine Schande, dass die Journalisten, die über Deichmanns Enthüllung berichtet haben, bestraft worden sind. Ein britisches Magazin musste wegen einer Schadenersatzklage sogar zusperren. Dafür gibt es überhaupt keinen Beweis, meiner Meinung nach. Ich denke, kein Mensch ist perfekt. Fehler werden gemacht, manchmal sogar mit Absicht. Aber schauen Sie sich doch das gesamte Bild an. Kein Zweifel, Milosevic's grossserbische Träume führten zu Krieg, Vertreibung und Tod. Die Belagerung und der Beschuss der bosnischen Hauptstadt Sarajevo 94-95 bleibt unvergessen. Ebenso später die Einnahme der Moslem-Enklaves Rebrenica unter den Augen der hilflosen UNO, die Vertreibung und Ermordung vieler ihrer Einwohner. Der Balkan war längst aufgeteilt in Gut und Böse. Das wusste der umstrittene kroatische Präsident Franjo Tudjman geschickt zu nutzen. Mit Hilfe amerikanischer PR-Experten gelang es, sein Image aufzupolieren, seine nationalistische und diktatorische Gesinnung in den Hintergrund treten zu lassen. Kroatien plante die Rückeroberung der Krajina mit Unterstützung des US-Werbegiganten Waterman Associates. 25.000 Dollar pro Monat, 300.000 pro Jahr für politische Beratung. So wurde es am 24.02.1993 zwischen dem kroatischen Außenministerium und dem ehemaligen CIA-Mitglied Charles Waterman besiegelt. Eine der Passagen lautet Sollte es für Kroatien einmal notwendig sein, die Kontrolle über kroatisches Territorium, das unter dem Schutz der UNO steht, gewaltsam zu erlangen, ist mit einer Welle der Kritik zu rechnen. Ihr muss begegnet werden. Die Basisarbeit zur Rechtfertigung solcher Aktionen sollte jetzt gelegt werden, nicht erst nachher. Die Rückeroberung der Krajina wurde 1995 in Angriff genommen und sie gelang innerhalb weniger Monate. Offenbar mit professioneller Hilfe. Die Bilder hier sind spannend aus folgendem Grund. Sie zeigen Panzer bei der Operation Sturm und man muss bei dieser Operation wissen, dass es hier ein ganz geschicktes Zusammenspiel gab. Einmal von privatisierter Information, das ist also die Argumentation mit den PR-Firmen. Und bei dieser Operation kommt parallel noch was anderes hinzu, nämlich es ist eine Kriegsführung von privaten, seltener Firmen. Das heißt, wir haben im jugoslawischen Bürgerkrieg in Operation Sturm steht paradigmatisch dafür, eine Privatisierung sozusagen, nämlich der Kommunikation und der Kriegsführung. Dieses hat enorme Konsequenzen. Privatisierung von beidem heißt ja, demokratischer Kontrolle entzogen. 200.000 Serben wurden von den Kroaten aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben. Tausende getötet. Es kam wieder zu langen Flüchtlingstrecks, zu vielfachem menschlichem Leid. Die mediale Aufregung über die ethnische Säuberung hielt sich in Grenzen. Die Rückeroberung geschah mit Rückendeckung des Westens. Auch der Krieg der NATO im Frühjahr 99 gegen Serbien mit dem Ziel, Milosevic in die Knie zu zwingen und dem Kosovo die Autonomie zu sichern, war propagandistisch perfekt vorbereitet. Verschiedene amerikanische PR-Firmen standen im Sold der Kosovo-Albaner. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wollte auch Deutschland mitmischen. Aber die Stationierung von Truppen zur Friedenssicherung im Kosovo war den zögernden Deutschen nur schwer zu vermitteln. Verteidigungsminister Scharping griff im April 1999 zu drastischen Methoden. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man einen fotografischen Beleg dafür bekommen würde, dass man die Menschen, die man umgebracht hat, nach ihrer Ermordung dann auch noch mit Baseballschlägern traktiert, um sie für ihre Angehörigen völlig unkenntlich zu machen. Und im Übrigen auch einen unglaublichen Hass und eine unglaubliche Gewaltbereitschaft sogar noch an den Leichen auszutoben. Mitarbeiter der OSZE berichteten später, dass die Leichen erst nachher für Fotos arrangiert worden waren, dass die Opfer nicht wie impliziert Zivilisten, sondern UCK-Kämpfer gewesen seien. Scharpings Freund und Berater war zu dieser Zeit Moritz Hunzinger, der später auch den Sturz von Slobodan Milosevic vorbereiten half. Da ist so viel Unglück passiert, dass man sich mal bei dem Herauspicken eines Beispiels irren kann und den Bogen überspannt. Aber auch das, was ich da gesehen habe, ist so unterirdisch, so unvorstellbar. Und es waren ja Zeiten, bevor es den Embedded Journalist gegeben hat, den wir jetzt im letzten Irakkrieg erlebt haben, dass man natürlich Beispiele bemühen musste, die nah an der Realität waren. Und die genannten Beispiele waren ja sehr nah an der Realität. Und das ist ja das, was auch dann dazu geführt hat, dass der Bundesminister Scharping mal ein solches Beispiel ausgegriffen hat. Und die Dinge sind ja so gedacht und gehandelt worden. Und wenn es in dem einen Fall halt nicht 45 tote Frauen und Kinder waren, sondern nur 17, dann darf ich einfach sagen, da dürfen wir nicht zynisch sein und die Dinge dann untertreiben wollen. Als Belgrad bombardiert wurde, mobilisierte Hunzinger seine exzellenten Kontakte zum Vier-Sterne-General Klaus Reinhardt, um zu erreichen, dass die Tochterfabrik seines Kunden Messer Griesheim in Belgrad von den NATO-Bomben verschont wurde. Es ist doch toll, dass ich überhaupt auf die Idee komme, den Kunden anspreche und sage, wollen wir uns mal mit der Frage befassen, ob wir das Ding in die Luft jagen lassen oder nicht. Und er sagt, um Gottes Willen, wenn sie da was machen können. Und dann habe ich das gemacht und da gab es eine anstehende Rechnung, die ist fröhlich bezahlt worden und alles war in bester Ordnung. Wie stark Politik und PR inzwischen verwoben sind, wie sehr die Auftritte der Mächtigen zur Show werden, das bewies die Rede von US-Außenminister Powell im UNO-Sicherheitsrat am 5. Februar 2003. Er präsentierte die sogenannten Beweise für die Massenvernichtungswaffen des Irak. Zweifel an Saddam Husseins Bedrohungspotenzial hatten Insider schon lange. UNO-Waffeninspektor Scott Ritter klagte nach dem Einmarsch an. Ich denke, es ist Zeit, dass die Welt und die Amerikaner zur Kenntnis nehmen, dass wir angelogen worden sind von der Bush-Regierung. Und wir müssen verstehen, dass es eine besonders perfide Lüge war, die zum Tod tausender Iraker, hunderte amerikanischer Soldaten und einer Vielzahl britischer Militärangehöriger geführt hat. Eine Lüge, die die Glaubwürdigkeit der UNO erschüttert hat. Wir können der Bush-Regierung nicht länger einen Vertrauensvorschuss geben. Dieses Mal ging der Krieg als TV-Spektakel der anderen Art über die Fernsehschirme. Eingebettete Journalisten vermittelten Solidarität mit den vorrückenden Truppen. Die Luftangriffe auf Bagdad waren filmisch genau dokumentiert. Ulrich Tilgner hat als ZDF-Korrespondent den Krieg in Bagdad miterlebt. Er beschreibt die Hintergründe in einem Buch. Es gibt eine fünfte Front in diesem Krieg und das ist der Informationskrieg. Und das sind Journalisten. Wenn Sie sich vorstellen, die ersten Angriffe im Krieg, als Bagdad bombardiert wurden, erfolgten im Winkel der laufenden Kameras. Es waren fest installierte Kameras und die haben den Eindruck erweckt, ganz Bagdad steht in Flammen, es gibt hier ein Inferno. Dabei waren die Haupteinschläge genau vor dem Aufnahmewinkel dieser Kameras. Und das ist eben gezielt und da wissen die Leute genau, was sie machen im Pentagon oder in den Planungsstäben. Und eins ist auch, warum immer zur vollen Stunde diese Angriffe? Warum kommen sie zur amerikanischen Primetime und nicht zehn Minuten eher oder eine halbe Stunde später? Sie kommen 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit und das sind eben sehr hochgesehene und sehr gut gesehene Zeiten in den USA. Das Pressezentrum in Doha war nach genauen Angaben des Disney-Filmausstatters George Ellison geplant und aufgebaut. Der Rahmen war wichtiger als der Inhalt. Sie müssen sich vorstellen, was es bedeutet, wenn die Offiziere in Doha, also in Katar, auftreten bei Briefings und hinterher der Oberkommandeur sagt, unser oberstes Ziel war es, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, um den Gegner zu Schritten zu bewegen, die wir von ihm erwarten. Das heißt, Nachrichten dienen nicht mehr dem Zweck, die Bevölkerung aufzuklären, sondern den Gegner zu irgendetwas zu bewegen. Die weltpolitischen Fakten wurden jedenfalls geschaffen. Eine Meisterinszenierung war schließlich, das versteht sich, die Verkündung des Sieges über den Irak am 1. Mai 2003 auf dem Flugzeugträger Abraham Lincoln. Das Design der Filmreifenshow stammte von Jerry Bruckheimer, Produzent des Hollywood-Blockbusters Top Gun. Die größeren Kampfhandlungen im Irak sind beendet. Im Krieg gegen den Irak haben die USA und ihre Verbündeten gesiegt. Können die Medien diesen professionell verzahnten Kreislauf aus Politik, Wirtschaft, Militär und Kommunikation überhaupt noch durchbrechen? Man kann ihn durchbrechen, dadurch, dass man ein Thema hintergründig spannend darstellt. Das Publikum hat Interesse. Und das Publikum wird ja immer mehr zum großen Maßstab. Im Fernsehen ist es so, wenn die Quoten sacken, dann ist man aus dem Programm. Und ich glaube, eine bestimmte Form der Berichterstattung führt auch dazu, dass man auch über vergessene Konflikte berichten kann. Die Leute sind grundsätzlich interessiert. Ich halte nichts von der These, dass das Publikum dumm ist. Dieser Meinung Ulrich Tilgners schließen wir uns an. Die Leute sind impressierter. Untertitelung des ZDF, 2020